Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum großen Turnier von Hearthstone, dem neuen Add-on. Und ich bin der Lien und weiter geht's. Letzte Folge habe ich das erste Mal das Jägerdeck, das frisch Gebaute, in der Leather gemacht. Und das mache ich jetzt nochmal. Ja. Hat leider nicht funktioniert. Aber keine Sorge, Leute. Werdet nicht bekloppt. Ich werde noch genug Decks bauen. Die Tage. Das Jägerdeck, ich bringe euch zur Strecke. Hm. Hm. Ja, kann schlimmer sein. Ich finde es eigentlich ganz okay, die Karte. Äh, die Starthand. Sprengfalle, Lepra genommen, Bärenfalle. Schon okay. Grüße. Hm, Grüße. Eifrost. Jäger gegen Jäger ist natürlich auch so ein bisschen so, bäh, ne? Da ich jetzt kein Standard-Face-Hunter bin, wie es vorher war, sondern eher so ein bisschen TGT-Style. Ich frage mich, ob... Weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht zu langsam ist, gegen so einen Face-Hunter, ne? Na, dat wird jetzt ne Bärenfalle sein, oder wat? Dat wär witzig. Du mach mich lang und fest! Ja. Krass. Mal gucken, wenn er Face geht, dann hab ich den 3-3-er-Bären da liegen. Wenn er den Lepra-Gnom wegmacht, dann muss ich die Sprengfalle spielen. So ist das. Oha. Na gut, na gut, na gut, na gut. Lass die Hunde los, dann... Hm. Machen wir's mal lieber so. Tja, überlege dir gut. Junge, Junge. Junge, Junge. Okay. Oh, das ist natürlich mies. Oh, das ist ja nicht. Oh. Oh, komm! Face, 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 face. Oh. Na gut. Weißkirrtefalle, okay. Ah, es ist nicht einfach. Ah, schneller Schuss. Okay. Drei Netzweber. Oha. Ja, da könnte was gehen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, da könnte was gehen. So, dann zum Schweigen gebracht. Um. Hm. Ah, es ist knapp. Lass die Hunde los seinerseits. Oh, ein Waldwolf, hervorgerufen durch ein Netzweber, ne? Okay. Okay. Ja, okay. Net ist das nicht. Okay. 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 Ich würde gerne mal gewinnen. Oh. Okay. 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 So, haben wir hier Lieschel, äh, 5, plus 2 Angriff, 3, 4, 5, 6, 7, ja, ne? Schön. Schön. Ja, das hat ja funktioniert, auch wenn es ein bisschen, äh, chaotischer aussah als geplant. Ähm, gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und in der nächsten Folge werden wir das Deck noch mal spielen, ne? Ich zeige euch das vielleicht noch mal Quads. So. Äh, wenn ihr wissen wollt, wie der Deck entstanden ist, ne? Videobeschreibung, habe ich schon gesagt. Ich trinke mal einen Schluck. Geist. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, wie immer, ne? Und dann, tschüss.